hallo meine lieben akkordspieler ihr mit der gitarre die ihr sagt okay melodie ist nicht so meins es steht zwar erst mal melodie hier aber mir geht es jetzt hauptsächlich um diese akkorde und was das mit der melodie na ja miteinander zu tun hat ich habe eine neue playlist erstellt und in der playlist heißt es gemeinsam musizieren und da findet ihr irgendwann wenn ich hier fertig bin mit den einzelnen stimmen ein gemeinsames projekt wo jeder mitspielen kann hier kommt erst mal bloß die übungs variante ich komme mal hoch und wir haben die akkorde mit a fangen wir an dann kommt c d und wenn man will ein kurzes c und wieder a also a c d c a und diese variante können wir zupfen entweder wir machen das mit mit der hand 1 2 3 4 5 6 d d c a a und c und d c a so das war nur dieses ja jetzt kommt der zweite teil und im zweiten teil würde ich nicht zupfen würde ich nicht zupfen sondern ich würde es gerne anschlagen 1 2 4 5 6 g 2 3 4 5 die 2 3 4 5 und noch mal die 8 kommt a und g und d und wieder a und jetzt wieder zupfen die nummer 6 c und d und a nochmal a und c d und d und d und d und a und die nummer 8 daneben schlagen da 3 4 5 6 g 2 3 4 5 6 d 2 3 4 5 und a 2 3 4 5 und a und d und d c a Ihr habt schon gemerkt, das, was ich hier gespielt habe mit dem C, A, kann man hier hinten genauso, also C, A. Jo, ich wünsche euch erstmal viel Erfolg beim Üben. Wir sehen uns in der Playlist gemeinsam musizieren wieder. Dann wollen wir nämlich alle miteinander musizieren. Jeder zwar zu Hause, aber ihr habt die ganzen Stimmen. Und ich hoffe und wünsche mir, dass viele dieses Angebot nutzen. Tschüss!